So genau, ja was wir hier draus noch machen, da müssen wir mal gucken und was wir jetzt noch so machen ist, ja was machen wir jetzt, ohne Frostwiderstand mit, ich hätte schwören können, ich hätte noch welche gehabt. Nun ja, Giftwiderstand habe ich noch eine Menge. Ja, Überlegung ist jetzt, Knochen meinst, das ist ja das nächste primäre große Ziel. Man könnte hier landen und dann hier rüber gehen, aber hier ist immer so ein bisschen Ebene dazwischen und kann auch ein Kartendarstellungsfehler sein. Aber dahin zu laufen ist natürlich ein tierischer Weg. Hier oben in der Ebene, ja, nein, da hätte ich keinen Bock drauf. Man müsste echt gucken, ob man hier irgendwie mit dem Schiff anlegen kann und sich hier so eine kleine Base hinbaut. Das wäre so das einzige, was mir so einfällt. Mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Am besten auch ein Tor mitnehmen. Oder zwei Tore, dass wir uns erstmal eins hier hinbauen. Ah, wir können auch hier rüber, aber wir haben ja hier ein Tor. Ach, was ist das Ebene dazwischen? Da habe ich keinen Bock drauf. Und wir versuchen, mich hier irgendwo zwischen Sumpf und Ebene durchzuquetschen. Ja, nee. Nicht wirklich. Also später wäre ich dann auch gerne bereit, mir hier irgendwo eine kleine Base hinzubauen. Allein um die Ebene abzugreifen, um hier den Höhenzug abzugreifen. Vielleicht ist hier auch die Drachenmutter drauf. Ich weiß es nicht. Aber hier den ganzen, gerade den neuen Bossen. Im Sumpf. Äh, das ist... Puh, 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 puh. Das ist echt... Hatten wir sonst noch irgendwo einen uralten? Ne, sonst habe ich keinen mehr gefunden, ne? Äh, uralte sag ich schon. Knochenwanz. Da haben wir einen. So, die Ebene hier. Ja. Um das Eisgebiet. Na, wir müssen... Entweder fahren wir von hier rum. Oder wir fahren von hier. Ich glaube, dass das nimmt sich von der Entfernung nichts. Das nimmt sich, glaube ich, von der Entfernung her nichts. Ja, die Überlegung ist tatsächlich, versucht man im Sumpf anzulegen. Im blödsten Fall zerlegen sie einen das Schiff. Was macht denn meine Karotten? Alle gesund. Sehr schön. Okay, erstmal, was kostet denn das Schiff? Gut. Machte so. Verschiedenes. Das große Schiff. Das muss natürlich... Och, 100 Eisennägel. Alter. 40 uralte Rinde. 80 Bronzenägel. 20 Harz. 10 Hirschwellen. 30 Edelholz. Hätte ich alles da. 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 Nochmal. 80 Nägel. Ja, ja. Haben wir. So. Ach, die Hirschwellen hatten wir. Hier hinten. 30 Edelholz. 20 Hirschwellen. 20 Harz. Und was war das noch? Nägelhirschwellen. 20 Harz. 20 Harz. 20 Harz. Mit Harz haben wir da. Und noch 7 Stück. So. Dann nimmst ihr noch 2 Tore. bauen. Zumindest für Tore mitnehmen. 10 Augen. 20 Augen. 40 Edelholz. 4 Sortlinge. Schon. Schwindet das Holz wieder. 20 Augen. Dann bau ich mir oben auch gleich ein Portal hin. Die Augen hatte ich doch auch da jetzt. 20 Augen. Zack. So. Wie fährt man? Muss da eigentlich hochreichen? Das war jetzt so eine Idee hier. So einen Portalgang zu bauen. So. 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 Da war es. Mein Portal. Hier wird Kaisis raus. Fehlende Voraussetzung. Ach, die Sortlingkerne. Aha. So. Da nicht, da nicht, da muss ich sie noch hier haben. Ja, hier ist auch den Kärne. So, okay. Ich weiß gar nicht. Ja, zumindest kriege ich hier ein paar hin. So, ähm. Er, ähm. Verdammt, wie hieß er, wie hieß er, wie hieß er? Wannst du? So. Okay. Ja, ist jetzt die Frage, ob man da unten hinfährt. Ob sich da ein kleines Portal hinbaut. Und dann versucht nach oben. Oder ob man direkt in in den Sumpf fährt. Baut sich da eine Base hin, damit wir jetzt gleich ein bisschen Holz mitnehmen. Sich da irgendwie eine Base hoch im Baum bauen. Wenn das Tor da ist, kann man das Schiff ja gleich wieder abbauen. Das wäre ja kein Problem. Das ist ja auch ein Problem. Der braucht noch 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 ein paar Brandpfeile machen. Wie viele Federn habe ich denn inzwischen? Ein paar hatte ich ja noch was hier bei 27 Federn. Ich würde sagen, wir fahren erst mal los und machen uns hier eine kleine eine kleine Base hin. Wir müssen hier einmal rumfahren um die Insel. Ja. So machen wir das. Sollen wir vielleicht noch ein bisschen Holz schlagen. Dann gehen wir gleich nördlich an die Insel ran. Was habe ich hier eigentlich noch in der Kiste drin? Holz. Wie praktisch. Nehmen wir gleich 10 Stück mit. Dann brauche ich es mir nicht zu hacken. Aber was ich auf jeden Fall vorne machen sollte ist Miette reinpfeifen. Ne, komm, da haben wir ein bisschen. Und die Karottensuppe. Reparieren gehen sollte ich vielleicht vorne nochmal. Was rumste da so? Schnell einmal durchreparieren. Ja, war einiges. So. Wenn ich da noch ein paar Blaubeeren finde, dann nehme ich die auf jeden Fall noch mit. Dann rennen wir so weit es geht. Ne? So. Nach Norden von der Insel. Werde mir auch versuchen, mir zu geben, hier nicht großartig noch Bäume zu fällen oder sonst was. Oh, Blaubeeren. Ja, da habe ich ja gesagt. Die nehme ich mit. Die brauche ich nämlich. Sehr schön. Na. Ich jetzt. Hey. Kannst du ja auch keine drei Schritte gehen, ohne dass hier so ein Bölder-Troll auf den Fersen ist. Die haben ja eine Oh, noch ein Sterne-Troll. Na, super. Die haben ja auch eine Aggro-Range, ey. 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 Ey, lass das. Der. Ich slain. Oh, Mann. Oh. 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 Uwapp Oh, ein Grauzwerg oder was? Echt jetzt? Na, komm. Ihr hier auch noch? Ja, ich... Ich werde es an dem anderen Tag versuchen. Ich nehme jetzt den Krams hier noch mit. Ich wollte jetzt auch nicht im Dunkeln aus Wasser gehen. Der war auch voll, ne? Okay, super. Ja, von daher. Hat sich das Thema eh gerade erledigt. Sind wir ja richtig weit gekommen. Nerv. Holz ablegen. Das brauchen wir definitiv nicht. Denn ein paar Felle. Felle, aber so viele von. Hirschfelle, Bräune. Das Edelholz brauche ich auch. Weiß ich nicht. Nehme ich mal wieder mit. So. Beeren. Ja, doch hatten wir doch noch ein paar. Die Roten muss ich mal wieder sammeln. Das Geld nach oben hinlegen. So, was machen. Meine Karottensamen. Die sind alle gesund. Sind die hier? Ja, auch gesund. Also, hätte ich ruhig zu eng zusammensetzen können. Schadet denen nicht. Sehr gut. Präparieren wir gleich noch. Das ist dann gleich. Jetzt müsst ihr ja noch ein paar Brandpfeile herstellen. Komm ich nicht umhin. Ne, da. B-Lan. Wie viel Harz habe ich noch? Reicht für ein paar. Feuerpfeile. Fällt mir jetzt Harz. Ja, ich glaube, ich muss echt mehr Harz sammeln gehen. Damit kommen wir auf jeden Fall erstmal wieder hin. Fehlern zurücklegen. Was schick ist denn da? So, was haben wir jetzt noch? Wachen wir uns in Holz. Das reicht. Dann. So, sollte jetzt Frostwiderstand fertig sein. Gehen wir natürlich ins Gebirge. Ansonsten versuchen wir. Ne, ist noch nicht. Würde ich sagen, nächster Versuch. Ich glaube, wir müssen mal ein richtiges Torhaus bauen. Oh, der Hirsch macht ja immer noch seine schönen Übungen drin. Futter haben wir noch genug. Haben wir auch noch dabei. Verrägte noch einen Sterne-Troll. Die würde ich nicht haben. Was haben wir hier noch? Mitzen? Ja, die dürfen wir natürlich nicht. Hängen lassen. Ah, da war ein Skelete. Ja, gleich mit dem hier. Ah ja, hier waren wir auch schon drin. Die kennen wir ja. Dies denn, weiß ich gar nicht, ob ich da welche brauche. Ich nehme mal mit. Nur die Frage ist, komme ich da irgendwie rüber? Ich glaube vom URL kam ich da rüber. Ich habe hier eine Werkbank. Hier liegt noch was drin. Könnte ich mir hier mal ein Schiff hinbauen? Mal auf der Map gucken. Ja, ich werde zwar natürlich gerne rüber, aber komm, was solls. Ach scheiße, zeig das Harz so an. Da ist komplett der Harz rausgeschmissen. Scheiße. Oh Mann. Einmal Harz. Trotzdem ist es schon wieder, will ich überladen. Wollen die Münzen da rein? Das kann ich da auch reinpacken. Eine nehme ich mit. Wieso habe ich hier nur einen Stack Bären drin? Oh. Schreck vergessen rauszunehmen. Echt habe ich jetzt... Scheiße. Ah. Ich habe Platz vergessen. Da habe ich auch noch eine Werkbank stehen. So. Harz. Einmal. Ah. 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 Hat mein Gewichtslimit erreicht? Nö. Wieso kann ich das Harz nicht nennen? Also... Was macht versehentlich? Das Auto aufsammeln deaktiviert. naja toll, das fängt wieder an zu pissen Spiel Willst du noch ein bisschen Harz geben? Wieso ist das Auto aufheben wieder deaktiviert? Mal gucken War das Paul oder war es er? Wahrscheinlich im Eifer des Gefechts ist mit der Taste gekommen als Treppe war es glaube ich nicht So Beeren hatte ich doch genug Wie ist denn? Einmal Federn gekriegt der, schön Nein da Federn Also noch 17 mal Harz Dann sollten wir es haben Try again dann mal gucken ob jetzt alles da ist nicht dass ich gleich wieder da stehe und sagen ja das schiff kann man bauen alles andere kann ich mir zur not auch noch dort erarbeiten das ist eigentlich faul das z das auto aufheben gewesen keine ahnung das auto aufheben wieder weg ist das nervt mich gerade das kann vorbei gelegen mal wieder zinnen bräuchten die pilze lasse ich mal lieber glaube ich ja die kiste zwischen hier sehr gut die bergbühne bräunig na das wird ja ein spaß der überfahrt ein schiff zwei super das ist wieder lustig jetzt hier durch zu navigieren ohne das schiff zu schrotten schon wieder zu weit ich bin echt aus der übung sind bank voraus da ist ne hütte die könnten wir uns gleich erstmal zu eigen machen schön über den ozean schippern das ist im schleichgang ja das da gefällt mir erstmal ganz gut damit wir hier was haben um zu erkunden das wird ja hier ihn schwein so jetzt hier noch eine Überraschung drin ist in Form eines Bienennestes ein Bett drin, eine Kiste drin sehr schön dann würde ich mal sagen bauen wir jetzt mal eine Werkbank, Herstellung, Werkbank, ich überlege vielleicht reicht das hier auch, auf was willst du denn hier? Bleiben wir noch mal ganz locker so können wir hier noch eine Tür reinbauen, ja das Bett kann ich gar nicht nutzen naja dann ok wenn ich denn hier das Bett nicht, können sie noch nie abbauen sehr schön, ja egal, dann bauen wir jetzt hier erstmal ein verschiedenes Portal brauche ich mir jetzt hier erstmal hin ist ja nur ein Provisorium Wannst jo ok hätten wir das auch schon mal dann sind wir jetzt beim Wannst Humor sieht auch ein bisschen aus ah ah so dann würde ich sagen gehen wir da mal hin und schauen uns das ganze bei Tag an ein bisschen Antigift oder sowas ah mal schauen, vielleicht können wir das müssen wir das noch pestigen, verteidigen oder sonst was warum nimmt er das jetzt hier nicht auf ein bisschen so, Insel gehört mir oder muss ich das Bett erst reparieren kurz gucken ne ist ein muss ich keine Reparatur oder der oder die Reparatur ne so so naja egal sowas wollen wir uns jetzt nicht aufhalten nixi 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 und ab naja ok letztlich Untertitelung des ZDF, 2020